So, das soll das zwar ewig dauern, weil das immer nur irgendwie... Oder wo willst du es hinhaben? Ja, hier unten, da, wo die Deep Storage Unit war. Du musst ja jetzt automatisch rauspumpen, genau. Würde es ein paar Minuten dauern zum Ausleeren, aber wir haben ja ewig Zeit. So. Da wo jetzt die Tomaten sind, pflanze ich mal unten vorerst, ähm. Dingsamen, Spiceleaf, oder? Ja, mach du mal. Ja, wenn du es brauchst für die Klasse, auf jeden Fall. Ich muss ja den Tomatensamen rausnehmen. Was war? Aber nicht genug, oder wie? Es läuft schon alles. Also, wir sollten... Wie kann ich eigentlich nebenbei, wie kann ich die Spezifikationen von so einem leeren Barrel wieder lösen? Weil du hast ja hier eingegeben, dass hier noch Tomatensamen reingehören. Mit dem Barrel Hammer, eigentlich. Ach ja, das... okay. Bei mir neu. Das Barrel ist schon leer. Das Barrel ist schon leer. Hm. Welches? Von diesen überall... äh, hier, da... ne, ne, das eine. Bedingenskirchen. Dieser Barrel Hammer sieht einfach so unglaublich unecht aus. Sieht aus wie eine von diesen... von diesen grauen Wassertonnen... ...an ein Stück Bambus gepresst. Das meine ich ernst. Einfach Rechtsklick, oder wie arbeitet das? Wirklich. Wir haben acht Septuple. Haben wir? Ah ja. Knapp, ne, ich... Wie viel brauche ich? Neun jeweils. Warte. Wir müssen ein Oktupel abgeben, oder? Ja. Okay. Ja, dann haben wir es fast. Na ja, fast. Sicher, dass du nicht noch irgendwas im Inventar hast? Ich hab hier... Ja, ich sammle gerade die Über... äh... Zähling nochmal raus. Einfach kompresst und so weiter. Markus? Mhm? Kannst du das einfach machen hier unten, weil das funktioniert nicht. Ich hab keine Ahnung, das funktioniert mit den Zählen. Oh Gott, ich komm da. Weil erstens soll das Teil Spiceleaves annehmen, und dann statt Tomaten soll das Teil auch, ähm... Spiceleaves annehmen, die ich noch nicht gefahren ist, also muss das einfach leer sein. Hi. Hi. Also wenn du diesen Hammer brauchen solltest, den hab ich dabei. Du willst praktisch das hier wegkommen. Kann ich denn? Ja, hast du. Äh... Eigentlich... Ich will auch einfach, dass das hier nicht mehr an Tomaten zusammengebunden ist. Ach so. Äh, da ist es in der Mitte, glaub ich. Ne, da ist mein Fritter. Ist weg. Da ist frei. Ach, jetzt fühlt sich jetzt sofort mit Tomaten. Meine Fresse, das wollte ich nämlich am wenigsten. Ja, ne, jetzt, glaub ich, wird eh nix mehr. Oder? Harvestet das... Ja, das Harvestet noch. Ja, Harvestet noch. Äh, haben wir ein Lever dabei? Nö. Mach mal's so. So, ne, jetzt ist es schon fertig. Harvesten kannst du ja trotzdem. Ist das hier okay. Okay. Äh, da. So, ein Barrel für Tomaten hinpacken. Nein, das... Ich hab das noch nicht festgemacht. Ah. Ich weiß eben... Ich weiß eben... Ich hab eben kein... Ich hab ja noch ein paar dabei, so ist das nicht. So, wie kann ich dem jetzt sagen, dass das da angebunden werden soll? Äh, ich glaub leere Hand und dann Shift-Rechts-Fee. Ah, okay. Ja. Vielleicht nur noch was sagen können. So, dann kann das eine Barrel wieder daneben für die restlichen Tomaten. Ich glaub, die Tomaten kriegst du jetzt nicht mehr raus, weil das, äh... Weil die keine Seeds brauchen zum Pflanzen, die Tomaten. Die bleiben. Ja, aber die werden abgebaut noch. Sicher? Die werden noch abgebaut. Die werden nur entnommen. So, wie wenn's Rechtsklick auf das Ding machst. Nee. Die werden komplett abgebaut. Echt? Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist doch bei meinem... Bei meinem... Ähm... Sojabohnen und... Gut, das waren aber Sojabohnen, keine Tomaten. Tomaten, die musst du dir nicht nachpflanzen. Wenn du's zum Harvester machst. Also du brauchst keine Seedsupplein. Tust du aber. Ja, ich hatte ne Vorrichtung dafür, aber ich hab's ja nicht benutzt. Doch, hast du. Nein. Die war angeschaltet. Ja, die war angeschaltet. Alle Samen sind wieder da hinten zurückgefahren. Aber ich hab nirgendwo Samen reingepumpt. Hä? Was war halt mal nur die Tomaten? Klar, du hast die Samen alle in den Planter reingepumpt. Anfangs. Ja. Aber die wurden nicht benutzt. Sobald das Feld einmal voll war. Ah, okay. Das heißt, Sickle holen und alles per Hand. Ja. Ja, wir haben ja so Redstone Flux-Infused-Dinge. Jop. Da geh ich schnell mit. Ja, da geh ich schnell drüber mit. Ich brauchst noch ein Burrell, was hier nochmal an die Deben gehört, was hier irgendwer mitgenommen hat, wo dann jetzt die, ähm... PS-Deeps irgendwann reinwandern können. Wo ist mein Magnet? Was kann ich noch so an Quests machen jetzt? Seed Oil müssen wir noch rausbekommen. Kann man doch bestimmt auch da reinpumpen in so einen Kasten. Ja, klar. Seed Oil haben wir schon, ich glaub, 64. Ein Eimer von 16. 16 Eimer brauchen wir dann noch. Mhm. Guck ins AI. Wir haben da ganz viel. Äh, da. Oh, Tatsache, 42. Achtung, jetzt irgendwie nichts mehr machen, weil jetzt wird, jetzt wird, jetzt pflanzt er die ersten Sachen. Also gleich. Ich frage halt nur, wo er anfängt, weil ein Samen hat er schon gefressen, glaub ich. Wir haben eigentlich halt alle Samen zugeworfen. Ja, das dauert ein bisschen, bis die ankommen. Ja, den einen hast du wahrscheinlich wieder mit abgebaut. Ja, das kann sein. Schau mal mal. Ja, hab ich wieder abgebaut. Oder kurz einen Moment. Geht dieses Kabel noch direkt dahin, oder geht das irgendwo ins Nächste mittlerweile? Welches Kabel? Ja, hier. Das geht da noch hinter. Okay, weil... Ja, das dauert Ewigkeiten. Echt? Ja. Jetzt ist es angekommen. Ah, okay. Ich würde dir das ja gleich verarbeiten. Theoretisch. Wenn er reg... Ja, jetzt. Irgendwann, ja, da hinten. Ich glaube, es sind unglaublich viele Tomato Seeds. Ich überlege gerade, ob ich die einfach alle über Bord schmeiße. Hm, also ich tue sie in Franks Erdchest rein. Ah, von der weiß ich so viel. Wo ist die? In seiner Farm ins dritte Stock. Ah. Also die Kupferkäste hier? Ja. Genau. So. Warum, Meisterwelt, funktionierst du nicht? Ein paar Tomaten brauche ich noch. Also tausend Stück. Ach, haben wir ja noch wahrscheinlich. Ja, haben wir noch. Ja. Was funktioniert denn? Autocrafting. Welches Autocrafting? Das Autocrafting von Export-Busse ist. Allgemein. Weil es wahrscheinlich gerade irgendwas meldet. Das dürfte eigentlich im Crafting-Monitor sein, oder? Sichtbar. Ja. Na, ich glaube, wenn es sich mit anderen verbindet, nicht, oder? Das ist, wenn hier steht, dass es momentan Basic Processor Assembly macht. Wenn man da was von bastelt, geht das auch nicht, oder irgendein Grund. Wenn mal was, was? Wenn ich jetzt wirklich Basic Processor Assemblies mache. Oder fehlen es da die Knives für? Soll ich sein? Das kann sein. Ich glaube, das ist, weil der da einen, so einen fast Ultra-Kaputten drin hatte. Ich habe den mal rausgenommen. Ja. Ja. Jetzt ist das Crafting-Ding leer. Einen fast Ultra-Kaputten. Ja, warte. Das... Wie ging das nochmal? HF3? Nee, wie man die... Shift-F3. Shift-F3? Nein, nicht das. Ich, okay. Ich glaube, irgendein Shortcut, wie man diese... Wie man die Damage-Value hat, lesen kann. Das war aber von Minecraft selber. Okay. Warum funktioniert das nicht mehr? Warum funktioniert das nicht mehr? Nee, die sind immer noch auf 43 hoch. Nee, die sind immer noch auf 43 hoch. Bzw. der Cup die zwar, aber... Nee, es ist ausgeschaltet hier. Also, die, der... Die Pumpe ist aus. Hm. Oh, das wird dauern, bis da 10.000 Tomaten drin sind. Ich weiß, aber... Ich hatte keine große Lust, irgendwas umzubauen, und wir haben ja Zeit. Ja, das wird was dauern. Bisschen. Ich war mir bei Farfa an, klar, aber ich hatte echt keinen Bock, da was zu ändern dran. Dann ändere ich's halt für dich. Danke. Immer wieder gerne. Funktioniert das jetzt? Mit... mit... ähm... Nee. Da wachsen die Soja-Bohnen echt so langsam. Ach, sagen wir so, wir haben momentan 19% schon, also es geht schon voran. Warum macht ihr da jetzt Zicken? Ich weiß es auch nicht. So, das soll jetzt mal einiges schneller gehen. Whoa? Was ist das, was ich mal? Ich weiß es auch nicht. Ähm... Was ist das, was ich, was du denke? Ja. Was hast du dann? Was ist das? Und was dann schlagen? Oh, nein. also jetzt für uns dauert es zwar ein bisschen länger aber es ist für uns da jetzt das mit dem basic process und da keine ahnung was da war wenn ich mir was sag was dir angezeigt wurde naja richtig und noch ein QDS so dann will ich jetzt endlich space bauen was willst du space bauen mein's bleibt ich weiß zwar nicht was sie machen aber ist mir egal wenn du weißt wie es geht klick nach politik das kam steht das vielleicht irgendwo wie war das aus dem fluid terminal kann man sich irgendwie rausziehen was dann benutzt doch ein fluid export ja klar aber ich muss das ja erst mal festsetzen da brauche ich ein eimer für oder irgendwas in der richtung ne tin capsule, ja, ein eimer geht nicht da haben wir glaube ich auch ein paar drin hab ich ein paar gemacht nach einer weile ja ich sehe keine leeren tin capsules sind alle voll aber ja dann schlecht ansonsten müssen wir doch eigentlich genug wachs haben ja da haben wir genügend ganz knapp auch hier im ME schon oder nur da hinten nur da hinten ich vermisse meinen schmuck hm überall britzeln ja die wen durch die luft miau ähm wo wachs denn wo wachs denn und im 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 Haben die überhaupt ein Vicky Bloodmagic Ding da? Ja, die Formseite Von der FTB oder wie? Nee, vom Minecraftforum Ja, aber da steht auch nicht drum, was die machen, sondern da steht nur drum, welche es gibt Ja, und dann steht da, was die machen Ähm, bei mir nicht Aus meiner Epic Break habe ich gerade einfach einen Woodgolem rausgekriegt, aber auch gut Toll Ach doch da Das hast du nur gekriegt Hm, haben wir ein Quest? Achso, ja, das Äh, was habt ihr genommen? Die rechte, wie immer Ich noch gar nichts Nehmt mich legen Äh, da Und links ist? Bottle of Nature Gas, ich weiß nicht mehr was, sorry Okay Wahrscheinlich auch Epic gewesen sein Kann gut sein, aber rechts sind auf jeden Fall Epic Was ist Nature Gas? Oder Natural Gas Nat Gas Buch mit Losing 3 Ähm Kann man schon für irgendwas Vollzeugs verwenden So Wie immer geht es mir, alles zu vertreiben? Achso Wie immer geht es mir, alles zu klauen? Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, es ist mir eben